ja jahira stirbt gleich und karl ist gestorben jahira ist gestorben okay wir können nochmal neu laden es war blöd dass ich die letzte falle gelaufen bin eine einzige riesen spinne kommen wir noch an weil wir den panikgerät ich verschwinde jetzt ihr habt schon erledigt so alle riesen spinnen weg immerhin hat noch feiler gut dann guckst du jetzt mal bitte ob hier eine falle ist sieh ich da daraus also können wir raus hier haben wir doch irgendwas ja wir hätten ein gebet zu sprechen okay gerade wurde gerade vergiftet ich denke der segen wird uns ein bisschen gegen das gift helfen aber auch nicht ganz so ich verschwinde jetzt noch den einen weitschaftlos werden das ist ja gut ist das ist schon mal ein boost gegeben jetzt jetzt nur noch 1900 erfahrungspunkte die wir brauchen ja den kriegen wir hoffentlich gleich wenn wir freundlich im abend sind ich habe den ganzen tag schon genug geschuftet sklaventreiber ist ja schon recht wer trägt die blauen dinger niemand eure dienerin steht zu schlafen ähm das ist jetzt irgendwie doof ah die wollen hat ein platz frei sehr schön was wollte einer unter meiner hörte ähm genau das wollte ich eigentlich nicht ich bin voll bewaffnet nun kommt bereit wenn niemand besser geeignet ist kommt lasst die beiden frei ich will raus hier ich will raus hier äh bahn mal die magie sehr schön Tanisa ist ein meter weit gekommen durch das magie bahn bevor sie wieder festgehalten wurde ja oh allgegenwärtige autoritätsperson ähm komm schon jetzt endlich was gut ah sehr gut raus hier ja gut nichts und wir haben es endlich halb zum freundlichen abend geschafft uff wir waren mindestens einen halben monat da in diesem wald unterwegs oder nie wieder nie wieder nie wieder wir suchen jetzt und sein bett verkaufen hier die ganzen gerümpel die wir haben was immer ihr braucht du vergisst mal ein paar von denen dann schlafen wir jetzt erstmal eine runde dann identifizieren wir das ganze zeug was wir haben und ich glaube da gehen wir mal zum tempel nehmen an und heilen uns ordentlich hoch was was ihr braucht ihr habt ihr habt ein okay es steht allen offen die sich anständig benehmen jo ich hätte gerne einmal königlich geschlafen und dann äh so Robe des Reisenden noch eine Robe des Reisenden und das da ist eine Robe des bösen Erzmagier Rüstungsklasse 5 das heißt im Gegensatz zu diesen Roben hier hätte diese Robe hier eine Rüstungsklasse Robe Robe des Reisenden Robe des Abenteurers hm Robe des Abenteurers Robe des Reisenden Zauberrobe gegen Kälte Fluch der Schwäche Schutzformel gegen Untote Schutzformel die können wir nicht identifizieren das ist wahrscheinlich auch ein Fluch der Schwäche okay und dann fliegen die jetzt mal hier die ganzen identifizieren Dinger raus was wollt ihr was habt ihr zu verkaufen das ist schlecht okay erst mal wollt wird die Steinchen verkaufen ne 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 die beiden Schriftrollen nicht ab wie ab und weil ich die verkaufen was ist das für die Schriftrolle das war das Kopf gelte die können wir ruhig verkaufen die könnte verkaufte dem zu können wir verkaufen schlafkirche verkaufen schockgriff und die ganzen edelsteine information auch schild lux auch für den platten panzer morgenstern plus 1 zauberrufe plattenpanzer plus 1 können wir verkaufen die können wir verkaufen verschwimmen geschlagener leder war das spiegelbild schwer plus 1 leite behalte ich mal so du hast nichts was wir verkaufen könnten oder tragt der steil ist nein war die bus trage tragt der stärke können wir verkaufen sie aus schutz vorwärts gegen feuer wo wir das böse erst mal das modis einiges wird diamant 0 oder iol verkaufen alp köpfe verkaufen unsichtbares entdecken schon zu den bösen behalten wir bei widerstand kälte die beiden roben fertig so du hast rk 6 armbänder ok das geht erstmal an dich tazok das ist von da wäre der kann weg tazok der ist von da wären und das autogramm von lehr da wären und von jelter genau da wären und von jelter und der wüsste auch antag von jelter sei genau das zeug da und den schlüssel eigentlich auch könnten wir irgendwo mal los werden die rüst arm schienen müssen wir loswerden du bist unglaublich überladen trank der hügel riesen stärke trank der lebenskraft violetter tragen der kann doch zu dir runter trank der feuer riesen stärke das ist der explosion strank genau wir haben zu viel zeug wahrnehmungs tragen fall in den schärfen und sich karaketztränke die benutzen werde ich so gut wie nie so inventar ist mal wieder voll bei hier ja weil wir alles mögliche reingestopft habe ich war hässlich weiß die können wir die identifizieren den stadt können wir auch dadurch identifizieren auch gut die sieben meilen stiefel packen wir die auch mal zu minsk so das zeug sollten wir wo abgelegen die müssen wir doch los werden ja die flucht der schwäche die will auch keine sau die müssen wir auch noch ablegen so das heißt schutzformel gegen feuer könnte sie eigentlich kriegen stein riesen stärke hat aber keiner zurzeit oder nein trank des feuerodems du könntest mal die formel stein zu fleisch weglegen und dafür stärke tragen die du nicht benutzen kannst nehmen kann nur von kriegern verwendet werden und meine kriegerklasse ist zurzeit immer noch deaktiviert taktisch spiegel augen den könntest du jedoch nehmen dann könnte es sie dir nämlich doch die feuerschutz vorgegeben da bist du immer noch voll starb tränke die identifizierte rolle magie band das brauchen wir eigentlich alles wobei schutz vor dem schutz vor dem bösen kann auch sie nicht benutzen ist kann sie benutzen mal war die bettavoll ist ja 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 mal die schuhe und identifizierte schutzformel ja 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 das ist ja 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 haben wir vielleicht ist eben windige schwindler doch besser nichts leichter